I can feel it coming in the end of night Hold on Schnibbeldi schnapp und hallo Drio und ihr kennt das ja, Geralt kriegt gleich erst seine Textur an. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3 White Hunt Mit mir, dem Neff Kara, na klar, wem auch sonst und was machen wir heute? Machen wir die Familienklinge am Anfang und werden uns vielleicht mal kurz teleportieren Wobei, hier können wir noch kurz hingehen Ist auch nicht so weit weg und dann werden wir die Familienklinge machen Und dann werden wir bald wahrscheinlich eh wieder woanders hin müssen, dass ein Pferd ein Bild ist Auch geil Ja, die Folge gestern kam ja mega spät, das tut mir richtig, richtig leid Banditenlager, ich mein ich hab noch Öle drauf, korrekt Ich mein, war dein Freund Level 12 Mein Kumpel hat gerade seinen Arm verloren Versuch's nochmal, komm Das hat jetzt genau was gebracht, warum ist das Spiel kurz stehen geblieben? Ich dachte das jetzt so, ja, da könnte jetzt theoretisch wer kommen Und im gleichen Moment dachte sich das so, oder auch nicht Wir haben hier noch irgendwo wieder einen Nebenquest Ich mag die Melodie hier sehr Wir gehen da rum Machen dabei noch das Fragezeichen quasi weg Achja Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr eine Freundin habt, wie ihr das macht, wenn ihr euch streitet Ich bin immer der, der versucht schnell nachzugeben Und, äh Ob das wirklich gut ist, das weiß ich eigentlich nicht Aber ich tue es zumindest immer Könnte natürlich so oder so aussehen Aber ich bin jemand, der das immer gerne macht, weil ich Streitereien hasse Jägliche Art Jägliche Art ... Ist ... ... ... ... ... ... aus einer verlassenen stätte mache ich wieder eine bewohnbare sehr schön genauso muss das sein an der stelle dann sowas wie und warum fühle ich mich nicht so transportieren seit 20 jahren holz auf dieser straße und du denkst sie haben sie vielleicht so jetzt gehen wir einfach weiter in die richtung und machen das dann fragezeichen mache ich ja auch auf dem weg immer alle melodie hier ist eigentlich ganz angenehm wie gesagt ich rede ja generell immer mit den problemchen und mit allem was ich so habe ein witcher mit euch auch wenn wenig leute das gucken was immer ganz interessant ist für mich und inzwischen so als seelsorge ein bisschen für mich und dreht mir dann immer meinen frust und meinen kummer von der seele den ich gerade so habe gerade geht es also finde ich geht es mir gerade gar nicht gut wenn ich das aufnehme aber ich versuche trotzdem immer für euch alles schön zu machen und das alles aufzunehmen auch wenn es mir mal richtig scheiße geht dann denke ich immer so euch macht das spaß euch macht das trotzdem freude ich kriege seine schwerter schnell und wer von euch am besten ja du hast das nie gelernt Kennst du den Flammenwerfer, Modus? Niesen wir uns mal das Tagebuch kurz durch. Oh, finally, what do we, we, we? Guckt euch mal an, wie weit das weg ist. Das sind tausend Schritte in Irr... Alter. Das ist am Arsch der Welt. Wow. Oh, ja, 100 Jahre, um das hinzubekommen. Tausend Felder, Alter. Also tausend Schritte. What the fuck? Übel, wie weit weg das ist. Skellige ist groß. Tausend Schritte in eine Richtung. Was uns dabei noch so begegnen wird, kann man sich jetzt schon mal fragen. Was ist das denn? Insektuide waren das? Ja, wirklich, ohne Scheiß. Gut, das wird schon ein bisschen ablenkt. Aber gut gehen tut es mir gar nicht. Irgendwie. Also nicht vom, ähm... Schlecht, äh, sein, schlecht, also, äh, dass es mir schlecht ist oder sowas. Aber mir geht es generell einfach gar nicht gut. Geh mal weg, Plötze, Mann. Du bist mir wieder mal hart im Weg, wie immer. Biss- und Klauen-Spuren am ganzen Körper. Aber das sind Fress-Spuren. Er ist durch einen Schlag auf den Kopf gestorben. Er ist durch einen Schlag auf den Kopf gestorben. Gegen den habe ich aber keine Chance. Ich will diese Quest doch gerade gar nicht machen. Viel zu hoch. Die Quest. Gucken wir uns hier mal um. Schön, dass ihr gehört habt, wie ich TeamSpeak verloren habe. Das ist auf jeden Fall richtig schön. Ich habe gerade was geguckt. Langsam, langsam. Es gibt schon Plätze. Hoffenweise Wölfe. Ich bin jetzt schon wieder gelandet. Danke, dass das Spiel nicht speichern will. Was ist passiert? Passiert ist verdammt, dass ich gestürzt bin und mir das scheiß Bein gebrochen habe. Hör auf zu heulen, Petter. Ich schäme mich, das zu hören. Reiß dich zusammen, Mann. Schlimmstenfalls schnitzt Henrik dir ein Holzbein. Der alte Olle hat auch eins und beschwert sich nicht. Der alte Olle hat auch Läuse, stinkt und ist an beiden Enden undicht. Darüber beschwert er sich auch nicht. Hilft ihr mir jetzt oder nicht? Wie bist du gestürzt? Wir wollten da oben auf den Schultern der Statue ein Feuer entzünden. Zu Ehren von uns und unseren Vorfahren. Das ist euch offenbar gelungen. Ja, aber das Feuer schlug so schnell hoch, dass Petter einen Sprung nach hinten gemacht und das Gleichgewicht verloren hat. Er hatte trotzdem Glück. Bei der Höhe hätte er sich auch den Hals brechen können. Diese Statue, was ist das eigentlich für eine? Das ist ein Altar für den Gott der Krieger. Wer es wagt, ihn zu erklettern und ein Feuer zu entzünden, erlangt die Gunst der Götter und Ruhm und... ...und eine prima Gelegenheit, sich ein Bein direkt unterm Arsch abzureißen. Hilft ihr mir jetzt oder wollt ihr noch ein bisschen präden? Dieses Schölkraut müsste dir helfen. Es macht das Bein nicht wieder ganz, aber der Schmerz lässt nach. Danke, unsere unsterbliche Dankbarkeit. Ziemlich sterblich in meinem Fall. Also genieß es, solange du kannst. Halt den Rand und zeig mir das Bein. Danke nochmal. Mögen die Götter dich leiten. Ich hoffe, ich hoffe, es ist auch mal ein bisschen EPNett. Es ist gerade im Hintergrund einfach das Internet abgekackt, was ihr eben gehört habt. Weiter so, Plätze. Na, es kommt ja auch selten ein Unheil alleine. Das ist doch ein Belagerungsding. Was hat denn die Karte dazu? Los, lauf! Für mich mal einen guten Grund, abzusteigen und sich das Ding mal anzugucken. Ha! Überlegendes Oku... Die... Okuidenöl. Kann sich das Ding ja mal komplett angucken. Liegt noch mehr. Es ist schon so lange hier. So hart ist es zugemusst. Gut, Plätze. Hier gibt es nicht viel zu sehen für uns. Ich fände es gut, dass wenigstens die ganze Karte aufgedeckt ist, denn Geralt kennt die Karte ja und nicht, äh, dass wir die noch selbst aufdecken müssen. Ist ganz angenehm eigentlich, so. Ich gucke mir mal kurz an, ob in der Nähe noch ein Fragezeichen ist, was ich machen könnte. Eine Nebenquest in der Stadt. Dann gehe ich da gleich hin. In diesem Dorf. Da werde ich auch dann alle Auftragdinger wieder annehmen und bla bla bla. Gut, Plätze. Bis hierhin. Den Rest mache ich solo. Ohne dich. Halt die Klappe und geh weg. Ist eh total ungebrauchbar für mich. Halt! Komm, Jorgs! Halt ihn zu bei! Halt ihn zu bei! Ohne die Klappe! W succé! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Er hat das Schwert, hm? Jetzt nicht mehr. Was für ne Scheiß-Quiz. Wieder am Arsch der Welt. Aber erstmal geht's für mich jetzt da in die Stadt. Beziehungsweise in das Dorf. Das ist jetzt erstmal wichtiger. Das ist der ganze andere Quatsch. Unten gibt's auch ne Nebenfest und und und. Da werden wir jetzt hinreiten. Die beste Klinge ist nichts wert, wenn ein schwacher Arm sie schläft, nicht? Halt! Recht mag er wahrscheinlich haben, aber an dieser Stelle muss ich nicht die Folge beenden, nein. Mal auf den Tag warten. So Plätze. Ist nicht nur ein Schmied und ein Händler. Wasser. Mal auf den Weg zu deinem schwarzen Lauf. Und dann strahlt uns aus dem Nichts dieses Obtier an. Direkt hier, Leute. Wir kümmern uns selbst um unsere Monster. Beruhige dich. Und dann? Was dann? Nichts dann. Und was schert es euch auch? Das ist was für einen Hexer. Bitte sehr. Worum geht's denn? Um einen Monster. Es hat mich angegriffen. Mich und meinen Kameraden. Das Vieh schlitzen wir auf. Nein, nicht wir. Der Hexer. Warum den Hexer belästigen? Das war doch bestimmt bloß ein Wolfsrudel. Du hattest solchen Schiss, dass du Gespenster gesehen hast. Ich hole ein paar stramme Jungs und dann... Nicht nötig. Der Hexer macht das schon. Du lässt uns nicht hängen, oder? Fahrröhr. Strunzdorf. Kommst du von Fahrröhr? Ganz schön weit weg. So ist es. Ich kam aus Führersdal, um meine Ladung Felle aus Svorlag zu verhökern. Svorlag? Also nicht von Fahrröhr. Svorlag ist auf Spiekeroog. Tja, weißt du, ich bin von Fahrröhr nach Svorlag gesegelt und hab da Krempel von Festland gegen Felle getauscht. Dann bin ich hergekommen. Von Fahrröhr nach Spiekeroog nach Arzkelek. Hm. Ist ja gut rumgekommen. Was bleibt mir übrig? Kaufleute segeln guten Geschäften hinterher, anstatt schlechte in der Nähe zu machen. Der Jäger hat vielleicht recht. Und es waren nur Wölfe. Ich weiß, was ich gesehen habe. Und woher sollte er das auch wissen? Diese Drummond-Deppen können keinen Fisch von einem Furz unterscheiden. Dieser Depp da trug die Farben der Uncrate. Hm. Bist du sicher? Ja, ganz sicher. Ach, was soll's. Dem Pack kann man auch nicht trauen. Ich bin von Monstern angegriffen worden. Ich brauche einen Hexer, keinen Jäger. Also gut. Worum geht es denn? Erzähl. Mein Kollege und ich waren mit einem Wagen voller Felle unterwegs nach Führersdal. Plötzlich fängt was an zu kreischen, das Pferd geht durch und dann springen lauter Monster aus den Büschen. Mein Kollege zog den Kürzeren, den haben sie sich zuerst geschnappt. Ich bin wie durch ein Wunder entkommen. Was waren das für Monster? Neckux. Kein Zweifel. Was? Du weißt schon. Scharfe Klauen, Tierschädel auf den Köpfen, greifen im Rudel an. Necker? Ja genau. Necker. Fast 20. Also, hilfst du mir und bringst die Bastarde um? Die Straße muss passierbar sein. Ich will sie bald wieder benutzen. Ich helfe dir. Herrlich. Hexer lassen einen nicht hängen. Im Gegensatz zu den Armleuchtern vom Clan Drumdonnt. Oder Clan Drummond. Viel Glück, Hexer. Mach's gut. Moment. Wo finde ich dich? Was? Nach dem Auftrag. Wo finde ich dich? Oh. Ach so. Hm. Hier. In der Taverne hier. Da warte ich auf dich. Gut. Bis dann. Ohne Pfeife. Das ist übrigens noch ein Auftrag. Das tut schrecklich weh. Als ob mich was von innen heraus zerreißen würde. Brauchst du Hilfe? Du solltest zu den Broiden gehen. Da war ich schon. Sie haben gesagt, dass die Kräuter nicht helfen werden. Gefällt's dir hier? Und ich nur noch beten. Sei gegrüßt. Ciao. Ich wollte dich nicht betrügen. Dein Geld. Du hast Glück. Ich bin nicht gerade für meine Milde bekannt. Nimm meinen Rat an. Such dir einen anderen Beruf. Muss ein Sirikania sein. 200 Kronen. Nachher so viel hab ich den ja gefunden. Teufel. Wtf. Die Quest von dem war Drache. Richtig drachen töten ist natürlich auch mal so eine sache. Dann erstmal die straße runter, beide fragezeichen machen und hier beim schmied erstmal unser Schrott verkaufen. Ach, immer wenn die Kisten tragen, backen die so hart rum. Und ein Rezept? Nein, du da nicht. Hier ist ein Boot. Wie steht's? Läuft das Geschäft? Wieso nicht? Immerhin mache ich die besten Waffen der Insel. Sieh nur, Eisenerz tief aus dem Inneren des Art Fahnd, wo Riesen einst die Erde aufgerissen haben. Dann mein Schmiedefeuer, das seit sechs Generationen pausenlos brennt. Es wird vom Vater an den Sohn vererbt. Und jeden Abend kommt Hara, meine Jüngste, sticht sich in den Finger und lässt einen Blutstropfen in das Wasser fallen, indem ich die Klingen härte. Gibt es was Neues in Führersdal? Was Neues? Nein, wir sind hier nicht auf dem Festland. Hier ändert sich die Mode nicht mit jeder Schneeschmelze. Wir leben wie unsere Väter und Großväter. Wir fischen, jagen und plündern. Und so werden wir es bis zur Ragnarok halten und darüber hinaus. Hm, lass mich mal sehen. Die hat viel Krimskrams. Die können wir mal wegballern. Das auch. Das auch. Das auch. Das auch. Das auch. Das auch. Da ist wiederum lohnt sich schon. Das taugt sogar nicht. Da ist wiederum lohnt sich schon. Das taugt sogar richtig übel was. Der Rest taugt leider nur zum Verkaufen. Kannst du reparieren? Ja, sehr schön. Meine Waffen haben in letzter Zeit ein bisschen gelitten. Meine Rüstung auch. Nicht viel. Aber ein bisschen. Ansonsten würde ich dir gerne den ganzen Schmorderkram hier geben. Ich kann damit nämlich nicht viel anfangen. Das kannst du noch zerlegen. Hier nämlich viel. Das auch. Das auch. Das auch. Und? Das auch. Das auch. die restlichen Sachen haben eigentlich gar kein Gewicht die Leinen, Barren etc. das hat alles kein eigenes Gewicht ist halt schwierig, nicht jeder kann geradeaus gehen ja ich bin ein Hexer die an dieser Stelle wieder mal Cut macht und dann werden wir morgen hier hin düsen und weiter nebenköst machen, das heißt dann wird es uns da hoch treiben dabei werden wir halt noch ein paar Fragezeichen machen und 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 aber an dieser Stelle werde ich mich schon von euch verabschieden das wars für heute mit The Witcher 3 Wild Hunt und wir sehen uns morgen wieder, ich wünsche euch eine gute Nacht beziehungsweise einen schönen Abend noch, bis morgen, haut's rein, tschau tschau